Hallo ihr Lieben, was geht ab? Ich wollte euch noch mal was zeigen. Als ich zur Gartenmesse war, habe ich das entdeckt. Das nennt sich Drachenweide. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich kenne eigentlich nur so Trauerweide oder halt Kurkenzierweide, aber Drachenweide war mir bisher kein Begriff. Genau, und da habe ich mir das mal mitgenommen. Und da, also das sind drei Stück, und da habe ich halt 1 Euro bezahlt. Ich finde das persönlich sehr günstig, ja. Und ja, dann habe ich das jetzt in so ein Glas gestellt. Und ich finde, es sieht einfach nur übelst geil aus. Richtig schön grün. Es macht halt die Wohnung einfach freundlicher. Und es erinnert mich irgendwie an so Bambus, den man halt so ins Wasser stellen kann. Kennt ihr das? Das mag ich halt auch total, ne? Genau, also ich lasse das jetzt erstmal so. Ich hoffe, das hält eine ganze Weile. Und ihr seht auch, es hat auch schon Wurzeln. Vielleicht kann ich das dann auch irgendwann mal einpflanzen oder so. Aber so finde ich es auch schön. Und wenn das jetzt so hält, ja, dann lasse ich es auch so. Mal gucken. Ne, das wollte ich euch nur erzählen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Montag. Tschüss! Etwas kostengünstiger als...